... trainieren. Wie war es für dich jetzt mit Fiebern da im Zug? Schlimm, schlimm. Ich weiß zwar bescheid, über den Land ist seine Stärke rauf, also möchte ich niemals gegen ihn laufen. Und darum haben wir auch so aufgestürzt. Also da ist er echt extrem stark. Wir waren nicht am Zug springen, sondern wirklich die letzten tausend Meter. Das ist sein Anstieg, oder? Ja, über ein Plakon einfach tausend Meter durchgezogen, und der andere hundert Meter. Und das ist unfassbar, das ist seine Superkraft. Und die hat er auch ausgespielt. Du hättest ja mehr oder weniger fast das erste Mal übergeben können, oder? Das muss denn da ein Autobahn aussehen? Nein, das tut mir laut. Ja, das haben wir uns...